Hallo, mein Name ist Tilek Taz. Ich bin 39 Jahre alt und lebe zurzeit in Pittsburgh, Pennsylvania, wo ich mein Graduate Degree mache in internationale Politik. Mein Bachelor habe ich an der New York Universität gemacht in New York und habe da auch acht Jahre lang gelebt. Insgesamt lebe ich schon 13 Jahre hier in den Vereinigten Staaten, bin aber in Deutschland geboren und aufgewachsen zur türkischen Immigrantenfamilie. Was kann ich noch über mich erzählen? Ich arbeite Vollzeit als Clubbegleiterin, Vollzeit in dem Sinne, dass ich eigentlich nur am Wochenende fliege und habe schon 60, 62 Länder besucht. Ich liebe Reisen über alles, weil es mir die Möglichkeit gibt, neue Kulturen kennenzulernen und mit verschiedenen Leuten zu sprechen, die eine andere Perspektive haben. Und es hilft mir sehr, neue Perspektiven kennenzulernen, wenn ich reise, weil man hier in den Vereinigten Staaten schon ein bisschen von vielem entfernt lebt. Ich habe ihre E-Mail von einer Flugbegleiterin bekommen, die gesagt hat, dass sie nach einer Person suchen, die Deutsch spricht. Und ich wusste nicht genau, wonach sie suchen und ob ich da überhaupt in das System reinpasse. Deswegen habe ich dieses schnelle Video gemacht, um mich einfach mal schnell vorzustellen und damit sie auch die Möglichkeit haben zu sehen, wie mein Deutsch ist und was für einen Akzent ich habe. Das war's. Ich hoffe, ich höre von Ihnen. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen auch. Ciao!